Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eine ZIP-Datei bei Windows 10 richtig erstellen kann und anschließend zum Beispiel mit einem Passwort schützen kann, um das Ganze einfach per E-Mail sicher zu versenden. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier jetzt einmal zwei PDF-Dateien, die ich einfach zippen möchte. Das kann natürlich jetzt auch PNG, JPEG oder irgendeine andere Datei sein. Hierfür diese zwei am besten mal mit der Maus markieren, hier oben auf Freigeben draufklicken, dann auf ZIP klicken und schon wird automatisch hier ein Ordner, also ein ZIP-Ordner in dem Ordner erstellt, wo auch meine Dokumente hier drin sind und den kann ich jetzt auch noch beliebig benennen. Falls du das Ganze nicht im Explorer, sondern hier zum Beispiel auf dem Desktop machen willst, musst du wieder die zwei Dateien markieren, dann einen Rechtsklick mit der Maus drauf machen, senden, an, auswählen und hier haben wir wieder ZIP-komprimierter Ordner. Ich klicke jetzt also hier mal drauf und schon wird hier auch wieder mein ZIP-Ordner erstellt, den ich wieder benennen kann. Wie du hier gut erkennen kannst, ich kann den Ordner und auch die entsprechenden Dateien ganz einfach ohne weiteres öffnen. Wenn ich das Ganze jetzt aber irgendwie per Passwort schützen möchte, dann bietet hier Windows 10 leider keine einfache Möglichkeit an, weswegen wir mal ein kostenloses Programm zur Datenkompression noch benötigen. Das kostenlose 7-ZIP ist das wahrscheinlich bekannteste Programm, deswegen hier oben einfach mal 7-ZIP.org eingeben und in meinem Fall möchte ich jetzt die 64-Bit-Version von 2020 downloaden. Deswegen ich mal hier auf Download klicke und dann auch noch hier das Ganze öffne. Nun bestätige ich das Ganze mit Install und klicke auf Close, wenn das Ganze schon abgeschlossen ist. Nun schaue ich wieder in meinen Explorer rein. Ich merke hier jetzt einmal wieder beide Dokumente, mache einen Rechtsklick drauf und kann hier auch schon 7-ZIP erkennen. Bedeutet, das Ganze wurde automatisch bei Windows eingefügt und jetzt halt einmal zu einem Archiv hinzufügen auswählen. Dann habe ich hier normalerweise auch immer das Archivformat ZIP ausgewählt. Ich möchte jetzt am Anfang auch mal mein Passwort anzeigen, einfach zur Veranschaulichung und hier bei Verschlüsselung Passwort eingeben, tue ich jetzt einmal das entsprechende Passwort auch hier hineinschreiben, mit dem ich das Ganze schützen möchte. 1, 2, 1, 2 und bestätige mit OK. Schon wird hier mein neuer ZIP-Ordner erstellt. Ich mache also wieder einen Doppelklick drauf und jetzt, wenn ich auf mein PDF zugreifen möchte, muss ich erst das entsprechende Kennwort eingeben. 1, 2, 1, 2 in meinem Fall. Bestätige wieder mit OK und schon sind wir in dem Dokument drin gelandet. Bedeutet, ich kann den ZIP-Ordner, der wo jetzt verschlüsselt worden ist, auch per E-Mail ganz einfach im Anhang hinzufügen. Und somit haben wir unsere ZIP-Datei hier bei Windows 10 jetzt auch schon richtig erstellt. Wenn du dir jetzt übrigens das beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und auch eventuell hiervon etwas zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.